Hi, ich bin Anne. Herzlich willkommen bei meinem Label Anne Hermine. Ich möchte euch heute zu meinem Arbeitsalltag mitnehmen. In meiner Kollektion gibt es mindestens eine Tasche für jede Lebenslage. Über Tonbeutel, Laptophüllen in allen Größen bis hin zur Bauchtasche und der Kosmetiktasche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Aber auch die kleinen Dinge müssen sortiert werden. Dafür gibt es Geldbörsen, Brillenhüllen und Taschentüchertaschen. Doch was macht meine Taschen so besonders? Es ist das verwendete Material, denn alle meine Designs bestehen zu großen Teilen aus recycelten Kaffeeverpackungen, die ich aus verschiedenen Wiener Kaffeehäusern habe. Kaffeeverpackungen sind so ein robustes Material, welche im Alltag nach kürzester Zeit zu Müll werden und nur schwer recycelbar sind. Dabei kann dieses langlebige Material so viel mehr. 2013 hatte ich die Idee, Plastiksackerl zu Taschen weiter zu verarbeiten. Und nur kurze Zeit später habe ich die Vorteile von Kaffeeverpackungen entdeckt und inzwischen haben sie die Sackerl komplett abgelöst. Nachdem die Außenteile einer Tasche zusammengenäht sind, wähle ich eine Reißverschlussfarbe und einen Innenstoff dazu aus. Dabei lasse ich mich oft von den Mustern und Farben der Kaffeeverpackungen inspirieren. Aber ich fertige auch sehr, sehr gerne Taschen direkt nach Kundenwunsch an. Design, Farben und Größe können dabei komplett individuell ausgesucht werden. Alle Taschen werden von mir in Handarbeit mit der Nähmaschine gefertigt. Es werden keinerlei tierische Produkte verwendet und deswegen ist jede Anne Hermine Tasche zu 100% vegan. Nach dem Wenden der Tasche bleibt eine ganz kleine Öffnung, die bei fast allen Taschen mit einer unsichtbaren Handnaht verschlossen wird. Als Ein-Personen-Unternehmerin eignet man sich alle wichtigen Aufgaben selbst an. Nachdem eine Tasche fertig ist, wird sie fotografiert, die Fotos bearbeitet und anschließend wird alles in den Online-Shop gestellt. Dort kann man meine Uni-Karte dann durchstöbern und kaufen. Auch über FashionTourie könnt ihr mich finden. Ganz einfach in der Suchfunktion eingeben und schon erscheint mein FashionTourie-Schaufenster-Profil. Hier findet ihr gesammelt alle Informationen über mein Unternehmen und bekommt einen guten Überblick, was es bei Anne Hermine Neues zu entdecken gibt. Mit dem Klick auf den Koffer könnt ihr mich auf eure Shopping- und Sightseeing-Tour in Wien integrieren. Ich verkaufe meine Produkte außerdem über einen lokalen Concept-Store und auf Design-Märkten. Im The Viennese Guy Concept Store habe ich ein Regal, wo man sich die neuesten Designs live anschauen und das Material anfassen und ausprobieren kann. Denn eine Tasche aus Kaffee-Verpackungen hält man ja nicht jeden Tag in der Hand. Das ist schon etwas Besonderes. Also schaut gerne mal vorbei, online oder auch gerne vor Ort. Die unseen2018-Store Die heutigen Sightsehende Die2015-Store Die tomorrow-Store Die letzte Nacht